Hey Leute, ich habe ja länger kein Video gemacht. Deshalb habe ich mir gedacht, nutze ich die Gelegenheit direkt mal. Und ja, ich wollte euch auch mal danken für die so viele Abonnenten. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viele bekomme, als ich einen hatte, bin ich halb ausgerastet. Und jetzt haben wir ja schon 76 oder sowas. Vielen, vielen Dank. Ich habe euch richtig, richtig lieb. Und ja, ich freue mich bestimmt auch. Wir werden jetzt die Meerschweinchen, äh, die Meerschweinchen werden wir jetzt in den Käfig sauber machen. Und ja, der ist hier noch nicht so trägig, deshalb, ja, aber da hinten noch. Die beiden kriegen jetzt erstmal den Palat. Und ja, weil der wirklich noch ziemlich sauber ist und das letzte Sauber machen wir noch nicht so lange her, und das werden wir nur hier hinten so machen, weil das ist so ihre kleine Kackeecke, da machen sie hauptsächlich hin. Und ja, das wird hier noch machen. So, ich habe jetzt die Kackeecke so ein bisschen sauber gemacht. Der Rask kann noch ein paar Tage warten. Und die beiden kriegen jetzt noch Heu. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr meinen Daumen noch unterlassen würdet. Und ein Abo. Bei 100 Abnettchen gibt es so keine Überraschung für die Lieblinge. Okay. Tschüssi, ich habe euch lieb. Tschüsschen, bye.